Grüß dich! Grüß dich Pratschan! Wie geht's dir denn? Was macht Göttingen? Grüß dich Kanzler oder Bundeskanzler. Amen. Schöne Grüße aus Göttingen nach Essen. Da wohnst du, oder? Wo mein bester Freund Henning Baum gelebt hat. Schöne Grüße aus Göttingen. Und was mache ich gerade? Sehr beschäftigt was? Bier? Das war ein Scherz. Das ist mein lieben Bier. Übrigens Astra. Wir haben gemacht in Hamburg. Hat mega Spaß gemacht. Also ich grüße dich ganz herzlich. Amen. Bundeskanzler oder Medienkanzler oder keine Ahnung. Ich bin bald bei dir im Studio. Du bist one and all. Du kannst alles. Du kannst schneiden. Du kannst hier Demo-Bahn drehen. Und Showreel drehen. Fotokopieren. Pipapo. Paparapap. Was du immer sagst. Wir sehen uns bald. In Essen. Da gibt es bestimmt auch was essen, oder? Hallo Pratschan! Was machst denn du in Hamburg? Meine lieben Freunde und Fans von Facebook, Instagram. Mein guter Freund mittlerweile. Amen. Ein Medienkanzler aus Essen. Hat ratzfatz einen Pratschan-Fan-Club gegründet. In Minuten. Und ich freue mich sehr, dass ihr auch dabei seid. Ich grüße euch aus Hamburg. Von St. Pauli. Hier habe ich auch eine Plakatwerbung für Astra-Bier gemacht. Wollt ihr Dosa kaufen? Na ja. Und heute drehe ich einen Werbesport in diesem tollen Restaurant Ashoka für eine Firma, die darf ich glaube ich nie verraten. Aber ich grüße euch aus Hamburg. Moin Moin. Ich wohne in Göttingen und ich freue mich, dass ihr eure Kommentare schreibt auf meiner Fan-Seite, Instagram und auf meiner richtigen Seite. Ich habe euch lieb. Jetzt eure Pratschan. Schöne gute Armin. Nach Essen. Ciao, ciao. Es macht tierisch viel Spaß mit Pratschan zusammenzuarbeiten und ihn als guten Freund zu bezeichnen. Pratschan ist und bleibt ein indien-deutscher Schauspieler, der überall sehenswert rüberkommt und ziemlich, ja wirklich, ziemlich sympathisch ist. Und wenn ihr mal einige Plakate seht, das Alstrabier oder Astra, aus Sicherheitsgründen mache ich jetzt keine Werbung fürs Bier. Ich sage einfach nur, das Bier mit Pratschan ist lecker. Besonders das Riesenplakat, worauf er zu sehen ist.